2015, ein neues Jahr mit neuen Herausforderungen und neuen Themen, die unsere Branche bewegen. Kunden muss man locken, Fans kommen von alleine, Kunden sind Kritiker, Fans sind Gewerbeträger. Ich bin das dritte Jahr in Folge auf der CCW und habe bisher immer inspirierende Informationen, Inputs mitgenommen für das Tagesgeschäft, die sich auch sehr gut einsetzen lassen. Hier konzentriert alles aufnehmen zu können, das motiviert mich jedes Jahr. Der CAT Award 2015 geht an Herrn Werner Fritz von Asfinax. Herr Stefan Riedweg von Swisscomani. Frau Carmen Beissner von Iferheld. Innovator des Jahres 2015, Claudia Zanetti. CCW bringt wirklich viele Leute aus unserem Target-Market zusammen. Und wenn du nicht hier bist, dann wirst du nicht vor diesen Leuten kommen. Auf sehr komprimiertem Raum genau die Lösungen, die ich brauche für meinen Customer Service und Customer Care. Und entsprechend natürlich ideal, um mir die diversen Wettbewerber direkt vergleichend anzuschauen. Die Messe war wirklich bisher schon ein wirkliches Highlight für uns. Der erste Tag war schon sehr, sehr gut besucht. Wir sind auch Teil der Guided Tours. Das heißt, wir werden Gruppen an unserem Stand auch vorbeigeführt, um spezielle Themen kennenzulernen. Wir haben in diesem Jahr gestaltungsmäßig Wert auf den Dreiklang gelegt aus Kommunikation und Konzentration am Arbeitsplatz. Ergänzt um die Thematik Videochat, sodass ich eine Markenbotschaft und Markendefinition am Arbeitsplatz mit Hilfe vom Videokanal darstellen kann. Das finde ich immer sehr, sehr spannend, sich auch innerhalb der Branche auszutauschen. Die ein oder andere Innovation mitzunehmen, auch technische Natur. Ja, das ist für mich eigentlich der besondere Reiz, sage ich mal, der CCW. Da reprendt die Juste und die Anzeite, be- Ja, das ist für mich, aber ganz klein. Die Dopplagne und die hidräumteile Das ist für mich, sondern wir leben die Welt, Das ist für mich, diese Lage vorbeigeführt. Vielen Dank.